Wie ging das mit? X, ne? So, wir schneiden jetzt auf. Alter, ist sie krank. Kann ich mal die Fasse halten? Wie lange lacht ihr denn? Du willst schon, dass ich das jetzt aufnehme, oder? Es tut mir leid. Herzliches... Herzliches mal... Ritter, verdammt! Ach ja... So... Alle bereit jetzt? Jetzt halt doch mal die... Okay, jetzt halt doch mal die Fresse dort hinten. Herzlich willkommen zurück zu Left 4 Death... Mit... Oh Gott, die... Was ist denn? So, wir sitzen immer noch bei der gleichen Mission wie beim letzten Mal, und ja... Ich würd' mal sagen, pack mal so, oder? Wo bist denn du? Oh nein! Wo ist denn jetzt... Hier... Hä? Wo bist denn du? Was ist denn in der Ecke? Bist du Alice die Schnauze? Bist du Alice die Schnauze? Ach... Das sind doch mal in Ruhe! Bäm! Ich hab' nichts getan... Hä? Problem oder was? Bäm! Du bist zu... So, kann du's gehen, hä? Ja... Ja... Der tausendste... Zehntausendste... Achthundertneunzigste Versuch... Hatte ich krass, das muss keiner wissen... Wenn nun Jimmy Gibbs als Zombie kommt, muss ihn jemand anders umbringen! Vor allem, wie das zieht... Verzieht voll! Der Zombie lebt immer noch, ich hab' schon 10 Mal drauf geschossen! Vor allem, warum sag's, das muss keiner wissen, die Leute wissen das doch! Du lebst so alle Videos! Was? Hier war doch doch irgendwas, ne? Nein! Kommt was? Ich hör's! Ich hör's! Wann ihr keine Tabletten? Wer sind denn da? Geh mir mal ausm Weg! Was gesehen, der ist spaßische Zugungen gehabt... Wir sind auch keiner! So, bleib liegen, bleib liegen, mein Freund Ich hab eigentlich gar keine Wüste Ich hab den weggeschaut Was meint ihr dazu? Zu deiner Mutter? Die ist fett, Alter Die ist richtig fett Ich hoffe, das nimmt jetzt nicht Oder was? Ja, das war ich Guck gerade Die liegen jetzt schon so ein bisschen rum Ich bin scheiße Die ersten, die laufen hier auch schon Na, komm, die wegschießen Na, da Bist du bereit? Nein Ich hab ne Idee Ihr habt doch die Poster gesehen Von wegen Foto mit Jimmy Gibbs Rennauto Ich krieg was noch davon träumen Wir müssen's nur finden Und schon haben wir ein Fluchtfahrzeug Wie der dabei so blöde Krien, wenn der das erzählt Ich weiß Aber die tanken die Autos für so ne Show nie auf Also müssen wir Benzin besorgen Sobald die Türen aufgehen, rammelt ihr los und sucht Benzin Hört, hat Rammeln gesagt Hol'n Kanister Was denn? Bitte, Baby, Baby, bitte, bitte Oh, hier kommt direkt irgendwas Fettes Okay Wie machen wir's denn du? Wie machen wir's denn du? Oh ja, genau Noch ein Schauschau Aber geh doch mal stürmen Oh, entschuldige Hau ab, aua Nein, nein, nein Ach, 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 ach Du bist schon, Baby, komm schon Pfeil, sind wir wieder fast tot Ich hasse esse Bleib mal an Kein Angriff Du wirst mich meine Angriffen, wenn ich Benzin einfülle Du Arschkind! Ja, ich brauche eins. Oh, doch mal ab, du dumm Sohn! Au, wa! Warte, ich folge dir! Wie machen wir's denn nun? Schmeißen wir den Kack runter oder holen wir alles einfach? Da müssen wir hier ein bisschen... Nein! Vor allem, wo kommen denn die her? Hier ist doch alles zu! Das ist doch so! Lade nach! Nachte ich! Oh! Lade nach! Bitch! Halt die Fresse! Lade nach! Warum liegt der nachs? Warum ist der kein Benzinkarnesser? Oh, ein Tank! Ein Tank! Sterb, bitte, sterb, bitte, sterb! Sterb, sterb, sterb! Ich hab einen! Aua, du dummes! Beeilung! Beeilung! Und tot! Lade nach! Okay, das darf der nachschen! Ich hab schon fünf, wir haben schon fünf drin! Ich hasse es! Ich kann nicht mehr richtig laufen! Weil ich mich... Ahaha! Scheiße, ich bin in die Fälscher schon dran! Wieso? Oh, schau, schau! Du sollst den... Den Kanister aufschmeißen, du blöde Kuh! Ich schmeiß jetzt die Kanister mal nach unten! Ne, nach unten! Hab ich gesagt, verdammt! Nimm die! Okay, also zwei Kanister hab ich jetzt runtergeschmissen! Du bist der oben, verdammt! Ach! Hab dich! Mach du! Hab's! Pass auf dich auf, damit das hier nicht umsonst dauert! Wie schmeißt denn du die? Bin ich blöde? Wie machst denn du das? Nein, ich brauche Hilfe! Ich brauche Hilfe! Ah, ich... Verdammter Wichs! Ich hab den ne... Oh, hau ab, hau ab! Wo bist denn du, wo bist denn du? Ich bin tot! Was? Oh, meine Fresse! Warum warst du jetzt tot? Was ist denn... Warum warst du jetzt tot? Na, was weiß ich denn, was dich halt gepackt hat, man! So'n scheiß verficktes Smoker-Zung-Dings! Lade! Lade da! Halt euch, ich werd' dich heilen! Oh, fickt euch! Also unten liegen noch drei Stück, also hättet ihr dann insgesamt neun! Fehlen dann nur noch vier! Oh! Haut ab! Ja, unten denkst du, das packe ich, oder? Dreh dich doch um und schluck mit dem Ding zu, Mann! Ja, ich schlur vielleicht erst mal! Ach, Alter! Wenn ich das schon wieder von hier draußen sehe, dann krieg ich die Krise! Sieh zu, dass du wiederkommst! Sack! Wie soll ich denn das machen? Hier wieder mit dem Defi kommt! Du wirst der Kälber wiederbelebt! Nein, wie denn? Na, automatisch! Das will ich jetzt hören! Oh nein! Die Tank! Aua! Oh, du Dumme! Die ist voll reingelogen! Oh, unten ist bitter! Natürlich! Komisch! Oh, ey! Fickt euch! Ihr kleinen Bastard! Stirbst du mal, du Dreckzack? Ich lade nach! Ja, warte! Ich helfe mich! Ich traf dich doch nicht hoch jetzt! Hilfe, Hilfe! Oh! Ich lade nach! Passt mal kurz auf! Ich muss mich verabschieden! Dafür ist jetzt keine Zeit! Steh auf! Oh! Leck mich! Endlich! Oh, ihr blöde Nix! Nein, nein, nein! Oh, na toll! Wo ist denn jetzt mein Kanistern? Der ist in den Luft geflogen! Der ist in den Luft geflogen! Ich hab voll die Tür verrasse! Besonders, wo ist der Kanistern? Das, die ganze Seite brennt! Wo ist der Kanistern? Oh, meine Güte, ey! Scheiße! Ich hab voll mit diesem Pistag! Ich hab voll mit diesem Pistag! Ich hab voll mit dem Pistag! Du dumme Hure! Ich hab voll mit dem Pistag! Ich hab voll mit dem Pistag! Ich hab voll mit dem Pistag! Ich will nach Hause! Oh, die Kanistern kommen wirklich wieder! Ja, wenn die kaputt gegangen ist! Och, die Schwurten! Oh ja, ein Chor-Chor! Fick dich! Ich komm nicht wieder. Warum nicht? Leck mich doch! Nein! Was mit den anderen kann jetzt noch? Ich hab keine Ahnung! Oh nein, du krass ja immer! Lass mich! Ich muss mich konzentrieren! Das schafft man eh nicht! Du Duffelsaue! Da hast du wirklich! Ich bin im Einzelnen! Scheiße! Oh nein! Oh, ficktisch! Ohne Witz! Viel Spaß! Was ist das, ein Tank? Ja! Ah! Oh, hau ab! Lass mich nicht mehr! Oh, scheiße! Geh weg! Hau ab! Ich will nicht mit das Bier! Komm schon! Du Patsch! Lass mir einen Jockey! Lass mir einen Jockey! Welche Jungs? Ich seh keine Jungs! Ich seh keine Jungs! Wenn's nicht bald besser wird, bin ich weg! Wer ist Jimmy Gibbs Junior? Jimmy Gibbs, den kenn ich! Seine Autorennen sind legendär! Diese Fresse geht mir echt auf die Nerven! Glaubt mir! In dieser Gegend ist er so berühmt wie... Elvis! Oder der Präsident! Echt? Wie lange haben wir jetzt? Setz dich in Bewegung, Nick! 13... 13 Minuten? Ja! Naja... Immerhin... Hast du die Zeit gestopft, ja? Ey Kids! Mach mal in! Ich kann das nicht... Bei der Aufnahme... Lade nach! Aber es war gar nicht so schlecht, wir hatten schon fast 10 Gramm des Sonne... Was denn? Schießt mich doch nicht ab, ja! Schwuchtel! Ich wurde getroffen, das ist kein gutes Zeichen! Elite Medipack! Verbandszeug! Aha! Elektroden hier! Bekommt noch mehr! Puh! Das hab ich gespürt! Hast du mir ein Pin? Den Luftzug! Au! Warum steht denn der da so blöd in der Ecke eigentlich? Kann ich's mal erfahren? Hey wartet mal! Muss heilen! Ich brauch sowieso nicht! Werd schon nicht erschossen! Lade! Ach das tut gut! Wieso hältst denn du dich auf? Ach du hast den D4 aufgehoben! Hm... Der von uns muss ja Glück denken! Gib mir das Medi-Picke nur! Ich schwör's! Was ist das hier im Dingsraum gemütlich, du dumme Falle? Was meint ihr dazu? Und ich frisse jetzt! Du wiederholst dich! Die kommen dann immer von hier! Das Treppenhaus! Die blöden Bastarde! Jetzt schon! Guter Schuss! Okay, hat einer hier einen Plan? Pfff! So schlecht war's gar nicht! Wir hatten schon 10! Also, das Ding ist hier! Wir müssen's nur finden und schon... Heißt das Respawn doch nach einer Zeit? Hm... Es ist ein Plan! Ob er gut ist, weiß ich nicht! Hm... Ich denke eher, die tun Respawn, wenn die kaputt gehen! Aber warum hast es einen Plan? Aber es waren ja noch üblich viele da! Sobald die Türen aufrehen, rammelt ihr los und sucht Benzin! Ist das bekloppt? Gib Gas! Hol Benzin! Wie dumm! Oh! Direkt bis Bitter! Mhm! Wo ist denn? Oh! Was ist los? Der macht gut los! Kleinscheißer! Bastarde! Na, wie schmeißt du den denn eigentlich? Du schmeißt den jedes Mal runter! Ich würde gerne wissen, wie! Ich lehne dich auf die Tast drückt bei... mit'n Schießen! Na, dann lässt er den aber nur normal fallen! Nee! Beeilung! Beeilung! Dann hier schießt er denn! Wir brauchen noch 10! Ja, toll! Sehr aufbauend! Scheiße! Au, du Bastard! Wir können ja probieren, die gegnerischen Angriffe und dann während der Pause die Dinger zu holen! Ich geh fast! Während es keine gegnerischen Angriffe sind! Ich geh fast so hoch! Das dauert dann halt zwar einen Moment länger, aber... Ich hab einen! Er ist drin! Oh, fe- Ach! Jetzt hat's geklappt! Ja, alles klar! Nein! Ach! Ach! Das ist drin! Das ist drin! Das ist drin! Wir bleiben jetzt ein bisschen zusammen. So, jetzt kommt der Tank. Wo ist denn der schwule Scheiß-Tank? Oh, was denn? Hau doch mal ab, du dummes Sau. Blöde, fuck's. Hier sind nochmal Tabletten. Brauch Hilfe! Oh Mann! Schilliker, schön! Scheiße, ich brauche Hilfe! Hey, ich brauche Hilfe! Fuck! Danke! Nein, nein, ich hab da selber eins, du Bastard! Deck mich, ich muss mich heilen! Hier ist ein Splitter! Oh, du! Oh, ne Witz! Oh, Alter! Wo bist denn du? Ich werf dich jetzt runter! Ja, mach! Ich hab's! Lade nach! Ich bin, ja, ja. Oh, äh! Oh, Smoker! Oh, schweiß, ja, ja, toll! Drücken! Ich hab den nicht gesehen! Ja, ich... Oh, 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 ich... Fuck, fuck, fuck! Ja, schweiß er weg! Ich brauche Hilfe! Okay, danke. So, jetzt liegen zwei hier unten. Oh, meine Fresse! Komm, ich muss mich mal heilen, ja! Die blöden Hurenkinder! Muss nachladen! Das hab ich gebraucht! Das hab ich gebraucht! Lade nach! Scheiße, Tank! Ich komme! Oh mein Gott! Komm, der hängt mir am Arsch! Ich komme! Ich komme! Ich bin der Passat! Nein, Nihon! Ist das nicht gut? Voll drauf, halt! Oh, was? Da unten war noch ein Kindes, da haben wir den? Ist irgendwo ein Hunter. Entschulden, 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 entschulden. Ich hab einen! Da haben wir schon bei neun. Ich bin noch viere. Ach, ein Wichs, ey. Verdammt! Äh, zu weit oben! Scheiße! Hier sind zwei, ich schmeiß was vorne. Oh, hier ist ein Defi. Na, Kind! Du dummes Sau, du wirst nicht! Oh, okay. Ja, denke. Du! Ich hab hier zwei runtergeschmissen. Okay. Oh, ja hier vorne! Okay. Oh, ja. Ja, gut! Ich habe irgendwo ein Hunter. Ja, diese. Ich höre ihn. Die letzten zwei sind unten. Die fehlen aber noch. Einer fehlt aber noch. Hau ab, du Hure. Der ist unten. Ja. Jetzt... Zusehen. Okay, geschafft. Oh, hau ab. Alter, nein, nein. Scheiße, 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 scheiße. Ich seh nix. Und ich sterb gleich. Ich hab Leute. Ich hab Leute. Lade nach. Hau doch mal ab. Irgendwo ist da noch... Oh, du Bastard. Der letzte ist unten, oder? Hau ab, Mann, du Scheiße. Ich will keine Treppe, wo ich auch noch gehen kann. Warte, warte, warte. Gleich, gleich, gleich. Oh, ich komm nicht ran. Ich komm nicht ran. Ich komm nicht ran. Nein, Teng, 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 Teng. Ich komm nicht ran. Einsteigen, 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 einsteigen! Yes! Oh, yeah, baby! Hauu... Ein ruhiger Fahrzeug, bis zu Angst kommt. Hauu.... Oh, meine Fresse, du bist mir immer gestorben. Oh, ich hab mich geantwortet. Schlecht. Oh, meine Fresse, Alter. Oh, guck mal, Nahkampfkills 4. Boah, ich bin so gut. Alter. Oh, so wie glücklich bin ich direkt da drüber gesprungen. Ich bin nur schon Teamkiller. 28 Mal Verbündete getroffen. Schussgenauigkeit, 5 Prozent. Oh, scheiß drauf. Oh, wir haben es geschafft. Oh, Alter. Ich bin so glücklich. Du hast gesagt, wir schaffen das, ne? Schäme dich. Ich hab mich verlassen. So, ich würde mal sagen, das war Left 4 Death. Oh, meine Fresse. Alter, Alter. Haben wir uns so dermaßen gerockt, dude, Shit. Ja. Also, ich wollte mal sagen, beim nächsten Mal geht's eine neue Kampagne. Oh ja, Baby. Oh mein Gott. Aber dann haben wir wenigstens wieder was Leichteres. Ach, gucken wir mal. Also, in den nächsten Folgen gibt's natürlich wieder andere Kampagne. Mitsam Kamikaze ist natürlich meine Wenigkeit und mit der Lieben. Ruka, Ruka. Und ich wünsche euch noch einen schönen, gesegneten Abend. Möchtest du auch noch was sagen? Ja, einen schönen Abend. Und jetzt erst mal schön ausruhen. Ja. Also, bis demnächst. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Vielen Dank.